Wir haben jetzt Deutsch. Auf unserem Flaschenparkplatz habe ich natürlich auch eine Flasche gefunden. Das passt ja perfekt für unsere Ausstellung. Ich klatsche als erstes wieder die Silben. Flasche. Wieder zwei Silben. Markiere dir die Silbenbögen. Flasche. Und beginne wie immer mit der ersten Silbe. Flas. Da höre ich das F direkt vorne. Ich schreibe das große F. Fl. Fl. Ich höre das L wie Lampe. Flas. Jetzt höre ich das A wie Affe oder Ameise. Flas. Mehr höre ich in der Silbe nicht. Habe ich denn auch einen König? Ja, das A wie Affe oder Ameise. Dann ist die Silbe fertig und ich kann mit der nächsten Silbe weitermachen. Sch. Sch. Oh, das Sch wie Schere. Sch. Oh, da höre ich wieder das Ö, was ich oft am Ende von Wörtern höre. Flasche. Mehr höre ich in der Silbe nicht. Habe ich denn auch einen König? Na klar, das I. Fertig ist das Wort Flasche. Was hast du alles in deinem Zimmer finden können? Und hast du versucht, die Wörter aufzuschreiben? Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt. Vielen Dank.